Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit Broker Race Option. Ich handle 60 Sekunden, mein Stadtrade beträgt hier 200 Euro. Ich gehe zwei bis fünf mal rein. Zuvor schaue ich mir wie immer die Wirtschaft News von heute an. Wir haben heute einen wichtigen Feiertag in den USA. Richtige Nachrichten in Australische Steuer, Schweizer Franken, in 26 Minuten in der Eurozone und sonst weiterhin keine richtigen News. Als nächstes hole ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung meiner sieben Indikatoren. Und das richtigen Chartbild ist. Ich steige hier ein. Ich bin jetzt viermal drin. Aktuell sind alle Trades im Verlust. Das sollte sich noch ändern in den nächsten Sekunden. Bis jetzt sieht es gut aus. Alle Trades im Gewinn. Und er steigt noch weiter. Das war's für heute. Bis morgen. Bye bye.